Herzlich Willkommen zum Market Roundup in dieser Mitte Oktober hier bei uns, beim Tag der offenen Tür würde ich schon sagen, bei uns im Keller's Club. Genau, wir haben ganz viele Gäste heute hier, ich gucke auch gerade mal hinter mich, wir haben ganz viele Gäste heute hier in der Firma, bei uns in unseren Räumlichkeiten. In und ums Studio. In und ums Studio, genau. Also alle, ihr habt es heute Morgen ja gesehen, Carlos ist heute im Seminarraum, macht zusammen mit den Clubmeditern, die heute hier vor Ort sind, eben auch Training, Schulung. Heute Nachmittag dann mit Sascha und mir machen wir heute trotzdem noch Live-Training, also ihr werdet hier auch in The Room uns live-training sehen, aber wir müssen ein bisschen gucken, dass wir auch die Leute im Seminar vorher und auch drumherum natürlich alles zeigen, alles machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen und einen guten Market Roundup jetzt, was gibt es Neues? Wir haben ein paar Themen, kann man so sagen, ein paar bewegende Themen rund um die Aktien, die Finanzwelt, Anleihenwelt, also momentan spielt ja alles quasi so ein bisschen hoch und runter. Die große Frage um den erneuten Zinsgipfel taucht jetzt wieder auf. Aber ein Zinsgipfel ist, dass man das hoch quasi gerade erwartet oder ist ein Zinsgipfel, treffen sich da alle und reden über Zinsen? Am Gipfel, das ist so ein bisschen die große Frage, die im Raum steht oder auch die große Antwort, die teilweise gestellt wird. Also wirklich, ja, gibt es weitere Zinserhöhungen in Europa, gibt es weitere Zinserhöhungen in den USA oder haben wir wirklich den Zinsgipfel erreicht? Wir wissen es, wir haben die Frage schon ein paar Mal diskutiert, aber ja, gerade schlagen zumindest die US-Notenbanken, aber auch so ein bisschen die EZB etwas mildere Töne an. Also ein Hinweis auf das baldige Ende dieser Zinserhöhung. Wir haben weiterhin Krieg, also die Rüstungskonzerne sind weiter im Aufschwung, also insbesondere letzte Woche im DAX haben wir es gesehen, Rheinmetall mit Abstand der beste Wert. Knapp 15, 16 Prozent im Plus, werfen wir gleich einen Blick drauf. Ja und ja, die Quartalssaison hat ja wieder angefangen. Wir hatten schon Luxuskonzerne, wir hatten Banken, also wir haben schon einiges erlebt und grundsätzlich war der Auftrag hier wieder ganz positiv. JP Morgan hat wieder gezeigt, wie einfach es ist, Geld zu verdienen, kann man so sagen. Also hat wieder den einen oder anderen Rekord aufgestellt, aber ja, lasst uns direkt einen Blick einmal hineinwerfen und ich hole euch mal mit bei uns auf den Bildschirm und wir schauen uns das Ganze einmal an. Ich habe es ja schon mal aufgemacht, wir sind beim DAX und wir ziehen unseren Strich wieder eine Woche weiter. Wir sind also hier Montag quasi am 9. Oktober, jetzt ziemlich genau vor einer Woche, haben es dann hier gesehen, sind wieder in so einem positiven Aufwärtstrend gelaufen. Wir haben es ja angesprochen, wie gesagt, wir hatten eine recht positive Entwicklung. Zinsängste sind so ein bisschen gefallen und der Markt hat generell so ein positives Momentum gehabt und das, obwohl ja der Krieg immer noch so ein bisschen über uns schwirrt und das neu präsentere Thema ist, kann man so sagen. Wir hatten es zuerst im Ukraine-Krieg, der gefühlt gerade so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Den Krieg kennen nämlich quasi schon alle. Jetzt gucken wir uns auf den neuen an und gucken halt darauf, wie lange es dort dauern wird oder dauern kann. Das hat den Markt aber eigentlich nicht so wirklich aufgehalten, sondern wir sind ein bisschen was nach oben gelaufen und so ein bisschen der Abriss kam eigentlich erst so zum Ende der Woche, als dann doch wieder die eine oder andere Angst aufkam. Wir hatten ein bisschen schlechter als erwartete Konjunkturdaten, ein bisschen höhere Inflationsdaten bzw. Preisdaten auch aus den USA. Das haben wir so ein bisschen im Wochenverlauf gesehen. Wir sehen aber, wenn man rein charttechnisch einmal drauf blickt, dass wir, ja, ich meine, hier haben wir ungefähr diese 15.000er, die wichtige 15.000er Marke, doch ein ganzes Stück uns eigentlich davon wegbewegt haben und jetzt immerhin in diesem Korrektur so mit 200 Punkten Abstand laufen. Wir sehen aber auch, wir haben noch ein bisschen was bis zum gleitenden Durchschnitt hier oben. Das heißt, der Puffer, ja, ist doch noch ein bisschen, ja, gegeben, bis wir dann wirklich weiter durchbrechen könnten. Wird sehr an den Quartalszahlen hängen, aber natürlich auch wirklich darauf, wie jetzt sich diese Zinsfantasien weiterentwickeln. Ich habe mal die Anleihenrenditen hier mitgebracht, doch die zeigen auch ganz deutlich, wie volatil der Markt hier wirklich in der letzten Zeit ist. Wenn man sich das nämlich jetzt, ist jetzt die US-Staatsanleihe als Rendite einmal hier gesehen, also wie viel Prozent würden wir bekommen bei einem aktuellen Einstieg, dann sieht man, dass wir ja durchaus so eine Zackenbewegung haben und insbesondere auch ziemlich, ziemlich große Kerzen hier sehen. Also wenn wir in die Vergangenheit blicken, hatten wir diese Zeit natürlich schon mal, als das Ganze hier zu Anfang des Jahres sich immer in weitere Höhen katapultiert hat, wie hoch denn die Zinsen steigen werden. Jetzt befinden wir uns hier aber in so einem Korridor, nachdem wir ja diesen doch deutlichen Anstieg hatten in den letzten Monaten. Ist das jetzt dieser sogenannte Zinsgipfel da oben? Genau, das ist die große Frage. Was hoffst du jetzt, dass es ist? Ist das jetzt der Zinsgipfel oder kommt da noch mehr? Kommt da noch mehr. Das sehen wir halt hier bei der 10-Jahres-Staatsanleihe und das sehen wir tatsächlich aber auch ähnlich und da sehen wir noch mehr Volatilität in Deutschland. Hier sehen wir das Ganze mal für die deutsche Staatsanleihe. Auch hier haben wir diese Zick-Zack-Bewegung in der Vergangenheit gehabt, aber doch ziemlich viel Volatilität im Markt und man muss halt sagen, wir sind mittlerweile mit den Zinsen halt so hoch, dass immer die Frage ist, wie viel, ja man spricht von Risk-Premium, also wie viel Risikoprämie sind einem Aktien eigentlich noch wert und mit jedem Momentum, in dem die Anleihen und die Zinsen weiter steigen, werden halt Anleihen immer attraktiver, Aktien weniger attraktiv und wir sind gerade in so einem Pendel, wo man sagt, wenn die Anleihen jetzt nochmal deutlich weiter steigen würden, dann werden Aktien halt nochmal deutlich uninteressanter und dementsprechend pendelt auch der Aktienmarkt relativ stark gerade im Kontrast zu diesen Anleihen-Renditen. Muss man natürlich sagen, dass eine Aktie natürlich, wenn man es jetzt auf 10 Jahre sieht, man kann natürlich jetzt eine 10-Jahres-Anleihe schreiben zum Beispiel oder zeichnen sozusagen, dann hat man natürlich für 10 Jahre sich das gesichert. Ansonsten weiß man natürlich bei den Zinsen genauso nicht, ob sie in drei Jahren schon wieder ganz woanders sind. Genau. Und deswegen muss man immer die durchschnittlichen Renditen angucken, aber kurzfristig ist es für den Aktienmarkt natürlich, Gift und Bewertungen bauen sich dann ab, was natürlich aber wiederum für uns Aktionäre ganz spannend sein kann. Das haben wir ja schon in einem oder anderen Aktien-Round-Up, Aktien-Werkstatt, Investment-Werkstatt gesagt. Viele Standard-Titel, um nur Coca-Cola zu nennen oder auch andere Titel, McDonalds auch, kommen zurzeit mal wieder auf ganz spannende Bewertungen oder auf spannendere Bewertungen gegenüber Bewertungszahlen, die wir in den letzten Jahrzehnten sogar, kann man sagen, auch gesehen haben. Also es hat auf der einen Seite natürlich etwas Negatives für die Märkte, aber natürlich, wenn man langfristig in Aktien investieren will, auch was Positives. Genau. Ich wollte ja gerade mal die kurzfristigen Staatsanleihen auch mit dazu holen. Deswegen gucke ich gerade, mit welchen wir das am besten zeigen können. Aber ich glaube, wir zeigen es tatsächlich am besten unserem deutschen Beispiel. und nehmen mal die Zweijahresanleihe mit dazu in den Vergleich und erzeigen mal so ein bisschen diese Divergenz, die sich in der letzten Zeit ja quasi angebahnt hat. Also blau ist die Zweijährige, orange die Zehnjährige, richtig? Nee, orange ist quasi, wir sehen es hier oben, die Zweijährige und blau ist die Zehnjährige. Und normalerweise, wir kennen es aus der Vergangenheit immer so, ja, umso länger ich, äh, meine Kreditanfrage, sage ich mal, umso teurer wird er oder umso länger ich halt auch Geld anlege, umso mehr Zinsen bekomme ich, weil ich einfach ein ruhigeres Risiko habe, dass die Zinsen fallen, steigen oder sonst was damit passiert. Ich habe also mehr Ungewissheit. Und dann haben wir ja diesen Zeitpunkt gehabt, wo die wirklich durchgebrochen sind. Die kurzfristigen Zinsen zu den langfristigen, also sich so ein relativ starkes Gift für den gesamten Finanzmarkt eigentlich ergeben hat. Und das sieht man hier. Das heißt, ähm, wir haben immer so ein Momentum, wo wir kürzer, günstigere Zinsen, äh, teurere Zinsen bekommen. Und das bedeutet am Ende, dass es für viele lohnt, ja, kurzfristiger zu handeln als langfristiger. Zumindest natürlich in dieser Welt der Zinsen. Das nähert sich aber, hier sieht man schon ganz gut wieder an. Also gerade pendelt sich das Ganze wieder an. Das Brett ist zumindest ein bisschen wieder zurückgegangen, aber... Genau, und jetzt geht es gerade wieder ein bisschen auf, aber hier sieht man schon ein ganz interessantes Momentum. Und das spricht auch für viele Bewertungen, die sich, ähm, hier aktuell ergeben, die natürlich deutlich zurückgekommen sind in der letzten Zeit, die aber auch wieder Potenziale heben, insbesondere, weil man halt auch seine eigene relative Performance dann dort hinzuzieht. Das zu den Anleihenmärkten, wie gesagt, wir blicken nochmal kurz auf die restlichen Märkte. Wir sehen, ähm, ein ähnliches Bild, wie wir es gerade eben gesehen haben, beim DAX auch hier im S&P 500. Also wir sind ein Stück nach oben gelaufen. Auch hier können wir uns das Ganze einmal markieren. Ähm, zum Beginn der Woche haben wir uns hier in der Mitte so ein bisschen eingependelt. Laufen jetzt in den letzten Tagen, wie so ein bisschen nach oben, Zins, Zinsgipfel ist so das große Thema. Gestern war ein ordentlicher Tag an den Märkten nach oben. Genau. Es ist gerade, zeichnet sich das, bei, das wirklich konstante Bild in den USA, dass wir einen sehr starken Konsum haben, noch oder einen relativ starken Konsum der Bevölkerung zum Vergleich einer nicht mehr ganz so robusten Wirtschaft. und das spielt in vielerlei Hinsicht halt dafür, dass auch dort, ähm, sich zeigt, dass man das große Bild immer mehr im Blick haben muss und somit auch dort zeichnet sich so ein bisschen ab, dass, ja, die Zinsen nicht allzu weit mehr steigen. Ähm, das ist zumindest so der aktuelle Status und das aktuelle Momentum. Ähm, und trotzdem sieht man, dass insbesondere jetzt, ähm, auch wieder die Titel favorisiert werden, die, ja, hohe Profitabilität wäre, ähm, bieten. Ich nehme euch mal kurz mit, ähm, in diese Grafik hier. Und da sieht man mal den Vergleich von, ähm, zwei Indizes, kann man so sagen. Der eine bildet ab, ähm, dass man auf wirklich Growth setzt, also Umsatzwachstum, und der andere bildet ab, dass man auf, ja, Gewinne setzt. Und man sieht, ähm, eine lange Zeit lang favorisiert, dass man wirklich auf dieses Wachstum gesetzt hat. Wir haben es gesehen, es gab günstiges Geld. Aber das ist ein Kursindex, das heißt, wie sich diese Bewertungen der Aktien entwickelt haben. Genau, genau, genau. Weiß sind die, die auf das Wachstum gesetzt haben und, ähm... Blau ist quasi die, die... Auf die Profitabilität. Genau. Und, ähm, das sieht man hier so ein bisschen, wie sich das Momentum halt gedreht hat. Also wir hatten lange Zeit, wir kennen das aus der Corona-Welt, ähm, auf diesen wirklichen Wachstumskerne gesetzt. Es zeichnet sich aber immer mehr ab, dass man halt auch wirklich auf diese Gewinne setzt. Und, ähm, das passt auch ganz gut zu dem Bild, was wir gerade eben skizziert haben. Also, sichere Renditen werden einfach attraktiver, weil sie eben direkterer Konkurrenz auch stehen zu den Anleihenrenditen, ähm, und dementsprechend auch favorisiert werden. Was man hier schön erkennen kann, ist, dass wir aktuell uns wahrscheinlich genau deshalb noch relativ stabil halten, weil wir hier eine Rotation zwischen diesen beiden sehen. Wenn wir zum Beispiel letztes Jahr, so ab, oder, so Ende 2021 bis Januar, Entschuldigung, bis Mitte 2022 sieht man, dass beide Kurven relativ synchron gelaufen sind. Das heißt, da ist alles abgestraft worden. Jetzt hat man eine Rotation zwischen diesen beiden, ja, Eigenschaften. Das muss nicht immer genau gleich funktionieren, aber die Märkte halten sich ja eigentlich noch relativ stabil. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie alles, ähm, trotz der ganzen Rahmenbedingungen stark am Fallen ist. Also, ja, es ist gefallen, aber es ist zum Beispiel nicht so stark gefallen wie letztes Jahr, weil letztes Jahr andere Jahrestiefs, ähm, und andere Indexstände auch gehabt. Wir halten uns verhältnismäßig, muss man sagen, gerade noch, ähm, ziemlich stabil an den Aktienmärkten, ähm, und, ja, das, das skizziert ja auch dieses Bild, zumindest dieses Momentum davon. Okay, spannend. Genau, grundsätzlich, wie gesagt, Einzelhandelsumsätze in den USA im Fokus, also bleibt der Konsum so gut, wie er zuletzt war. Ähm, das wird auch ein bisschen wieder mit dem Blick auf die Zinsen gerade kritisch gesehen. Auch China wird interessant, ähm, da gibt es jetzt wieder Konjunkturdaten zum dritten Quartal, ähm, ja, hat die Wirtschaft so sehr an Schwung verloren, wie es auch teilweise antizipiert wird, oder, ähm, es ist doch ein bisschen weniger schlimm. Das steht so in der nächsten Zeit an und wird auch ein wichtiger Fokus werden für die asiatischen Aktienmärkte. Mhm. Aber, wie gesagt, Earnings sind schon wieder voll im Gange, das heißt, Quartalszahlen sind schon wieder voll im Gange. Da hast du schon gespoilert, dass die Banken gut weggekommen sind. Aber es ist auch gar nicht so überraschend, oder? Gefühlt kommen die Banken immer ganz gut weg. Es zeigt auch wieder, ähm... Aber wir haben ja auch schon, wir haben ja auch schon Phasen gehabt, wo Banken es doch sehr schwer hatten, Geld zu verdienen. Ja, wir hatten zumindest die Phasen mit First Republic Banken, die wir zum Beispiel gesehen haben, wo es sehr kritisch war für bestimmte, ähm, sehr, ja, man kann so sagen, spezifizierte Banken. Wir haben aber jetzt auch gesehen, dass die großen Banken, so wie JP Morgan, sehr, sehr flexibel sind in dem, was sie tun. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Vorher mal so ein Ausreißer, ähm, in die Richtung der Biopharmazie irgendwie... Ich hätte es auch mal letzte Woche erzählen können, dass der gut ist. Genau. Haben wir das in der letzten Zeit so ein bisschen öfter. Ähm, hier geht es wirklich um... Anton wird wahrscheinlich gerade, Anton wird wahrscheinlich sagen, helfe ich euch vorher sagen können. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Anton, viele Grüße. Vielen Dank für deine E-Mails. Genau. Ähm, aber genau. Also hier mal wieder so ein Ausreißer, der zeigt, wie, ähm, die Pharmaziebranche wirkt. Natürlich jetzt hier im kleinen Maßstab ein Unternehmen, was von der Bewertung von wenigen Millionen auf über 100 Millionen gestiegen ist, ähm, und hier ging es einfach um positive Studienergebnisse zu Krebsmedikamenten. Wir haben ja das öfter, das Thema Krebs, auch hier bei uns, ähm, in Besprechungen über Therapien. Wir haben es ja auch die, ähm, schönen Spritzen, die man auch, ähm, von den großen anderen Pharmazieunternehmen momentan bekommt, also ich spreche gerade insbesondere von Novo Nordirsk und, ähm, von Ila Lindy. Also, ähm, Diabetes ist natürlich auch immer wieder ein Thema, aber auch Krebstherapien und der zeigt einfach, wie, ähm, so Studienergebnisse sehr positives Momente, ähm, auf den Märkten erzeugen können. Und, ähm, ja, das ist wie gesagt nochmal ein Beispiel davon, ähm, gibt wahrscheinlich auch aber zig andere, wo das gerade umgekehrt passiert ist. Genau, letztlich sehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lunge, Krebs, Diabetes sind ja eines der größten Blöcke und auch Krankheiten, die man noch nicht so also zum Beispiel krebsspezuell noch nicht so im Griff hat, wie man sich das wünscht als Menschheit und deswegen ist in dem Bereich noch richtig was los. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, wir wollten damit jetzt nicht zeigen, dass wir das natürlich total vorher wussten, sondern es geht natürlich einfach spannend, warum sich jemand um 3.300 Prozent movt sozusagen als Aktie und deswegen reden wir mal drüber. Genau, es geht einfach um, ähm, die Antizipierbarkeit am Ende von diesen Pharmazieunternehmen, natürlich im kleinen, aber auch im großen Maßstab. Genau, das geht auch möglichst ganz genau andersrum. Wenn da mal was schief geht mit so einer Studie, dann kann es auch mal minus 3.000 Prozent gehen. Genau so ist es. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal angesprochen, die großen Rüstungskonzerne sind weiterhin stark im Aufwind, also man kann da wirklich einmal quer durch den ganzen Markt gehen, Rheinmetall, wir können sogar auf Saab gehen, wir haben es hier mal Metales mit Hensoldt gesehen, wir haben es aber auch bei Lockett zum Beispiel gesehen, die stark gestiegen sind. Wir können ja mal ganz kurz einen Blick auf den Chart werfen. Man sieht es hier ganz gut, wie die Aktien ja weiterhin sehr, sehr robust sind und gerade auf einem sehr positiven Momentum sind, obwohl, wir haben es gerade eben in den großen Indizes gesehen, die Indizes eher hier am unteren Ende kämpfen und ja, das gilt eigentlich ähnlich für viele, wie gesagt, diese großen Unternehmen, Rheinmetall, Lockett, all die großen Rüstungskonzerne, waren die Treiber und waren auch teilweise Stabilitätsfaktoren, muss man sagen, für die großen Indizes, weil es dann doch wieder signifikant ist, wenn die Unternehmen 10, 15 Prozent steigen. Aber wir sehen auch bei vielen der Unternehmen und das sieht man auch hier oben, befinden wir uns eigentlich an so einem großen, großen Widerstandspunkt, der, ja, wie gesagt, so im Mai, ungefähr im April, Anfang dieses Jahres erreicht wurde. Ähnliches Bild skizziert sich tatsächlich auch hier bei Rheinmetall. Also, viele der Unternehmen müssen jetzt mal so gucken, wie lange bleiben diese beiden Kriege jetzt wirklich bestehen, wie lang, wie sind die Militärbudgets auch, werden wir gleich bei Lockett auch nochmal drauf schauen. Da wird sich so ein bisschen zeigen, wie sich auch die Unternehmen natürlich weiterentwickeln. Weiter zurück zu den News der Woche. Walgreens hat ein, hat Umsatz, Umsätze quasi geliefert, hat Quartalszahlen geliefert, Umsätze waren aber geringer als erwartet. Auch hier war es die geringe Nachfrage zu Covid-Impfstopfen und Tests. Wir haben es gesehen, bei vielen der Unternehmen hat sich das aktuell durchgezogen, BioNTech unter die Räder gekommen. Wir haben es auch bei Pfizer gesehen, die uns nicht ganz so gut getan hat. Man muss aber bei Pfizer sagen, haben wir auch gesehen, dass es gestern eine sehr starke Bewegung nach oben gab, nachdem die erste Reaktion eigentlich negativ war, weil man doch unter den Erwartungen lag. Hat man zwei positive Faktoren gehabt, zum einen will man Kosten einsparen und zum anderen zeigt man sich da ziemlich sicher, dass alle, die aktuell wirklich die Nachfrage hochhalten, dass das auch die sind, die sich langfristig absichern wollen und dementsprechend mal so ein positiver Indikator war. Aber auch hier bei Walgreens haben wir gesehen, es war schlechter, als man eigentlich machen, sie erzielen wollte, aber dann doch irgendwie wieder besser. Und die Markterwartung war offensichtlich okay, das kann noch schlimmer ausgehen. Merke ich aktuell irgendwie bei vielen Unternehmen, dass so ein bisschen die schlechten News sind schon am Markt und sie hat bis wenig gesehen. Viele dieser Schätzungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind jetzt an vielen Stellen auch so erwartet worden und deswegen pendelt sich das auch an diesen Stellen viel ein. Das heißt, wir hatten aber trotzdem eine positive Bewegung hier bei Walgreens. Palantir hat auch mal wieder vom Krieg profitiert, diesmal nicht direkt, indem wir die Rüstung quasi direkt herstellen und liefern, aber die ganze, alles ums Thema Datenanalyse, haben wir schon mal ein bisschen was genauer hier besprochen. Wenn ihr euch zu Palantir noch mal etwas genaueres anhören wollt, ich glaube vor ungefähr vier bis fünf Wochen haben wir Palantir mal hier genauer unter die Lupe genommen. Könnt ihr euch gerne noch mal in der Mediathek ansehen. Dann haben wir noch Plug Power mal, also dieser US-amerikanische Wasserstoffspezialist, der auch sehr stark unter die Räder gekommen ist, hat mal wieder was Positives an News geliefert und hier ist es ja fast so ähnlich, wie es auch so bei anderen Themen rund um die Pharmaziebranche zum Beispiel ist, da geht es gar nicht immer rund um Zahlen, sondern es geht wirklich oftmals rund um News, wo man potenziell in der Zukunft mal Umsatz erzielen möchte. Man sieht hier, Plug Power hat es dringend nötig, mal wieder eine positive News zu zeigen. Sieht nicht so gut aus, der Chart. Genau, also während Wasserstoff ja irgendwie immer wieder ein Thema war und eigentlich auch so in vielen Bereichen noch als Zukunftsträger gesehen wird, sieht man, dass ja die Umsätze oder zumindest der Kurs nicht so richtig an Schwung gewinnt und es liegt tatsächlich auch an den Umsätzen. Also wir sehen es hier, die Earnings waren alle mal rundum schlechter, als man das eigentlich erwartet hat und wir hatten sogar Zeiten, da gab es mal negative Umsätze, aber wir sind natürlich ja mit nicht so sehr hohen Umsätzen eigentlich bei einer relativ hohen Aktienbewertung noch und das sehen wir ja auch ganz gut, wenn wir uns, nehmen wir hier wieder die raus und zeige euch mal das Ganze mit der mit dem Kursumsatzverhältnis, da sehen wir nämlich, wir sind von sehr, sehr hohen Erwartungen deutlich runtergekommen, weil einfach dieses Umsatzwachstum fehlt und da ist jetzt einfach jede Nachricht, die zeigt, hey, wir wollen doch potenziell mehr Umsatz erzielen, ja sehr, sehr positiv zu deuten für die Unternehmen und deswegen gibt es dann diesen kleinen Drops mal nach oben, aber immerhin 10%, also vielleicht doch mal ein weiterer Weg, auch für Plug Power. Wie gesagt, JP Morgan habe ich schon angesprochen, wir haben besser als erwartete Quartalszahlen gehabt, Umsatz ist weiterhin gestiegen um 21%, mittlerweile 41 Milliarden US-Dollar pro Quartal, also eine ganze, ganze Menge und wir haben sehr schön gesehen, wie sich das bei JP Morgan verschoben hat von, wir machen viel Gewinn und auch Umsatz mit dem M&A-Geschäft in den letzten Jahren, also viel Börsengänge, Beratung rund um Börsengänge, Übernahmen und und und, also in Zeiten, in der die Zinsen niedrig waren, gab es einfach viel Kapital, das genutzt wurde, da hat man sehr viel Geld genommen oder Geld verdient, jetzt dreht sich das Ganze wieder, wir haben deutlich weniger Umsätze im Unternehmens- und Investmentbanking-Bereich, Zilfprozent ist es dort gesunken, dafür ist das Zinsgeschäft jetzt das, was anzieht im Privatkundensektor, das heißt, das Zinsergebnis war um 30% besser, 23 Milliarden hat man nur mit Zinsen verdient, die Kreditvorsorge war auch noch besser, als man gedacht hatte, das heißt, es sind die Rückstellungen, die man tätigen muss, falls die Kunden ihre Kredite nicht zurückzahlen können, auch die war besser als gedacht, also grundsätzlich sieht man, dass JP Morgan ein sehr, sehr flexibles Geschäftsmodell hat und das sieht man bei vielen der großen Banken, die sind also in vielen Wirtschaftsphasen trotzdem dazu in der Lage, diese extrem hohen Gewinne zu erzielen. Wenn man nicht zu stark spezialisiert ist, ist das ein Vorteil wahrscheinlich. Absolut. Wir haben ja gesehen, dass ein paar Banken auch sozusagen über den Jordan gegangen sind, weil zu spezialisiert waren, auch zu angepasst an das Niedrigzinsniveau zum Beispiel und so weiter. Sieht man auch bei JP Morgan, sie haben ja die First Republic Bank gekauft und die hat positiven Beitrag geleistet, tatsächlich zu diesem Ergebnis, also in einem sicheren Gefilde freut sich auch dann ein relativ spezialisiertes Umfeld, weil wir einfach auch hier schiere Größen haben bei dem Unternehmen. Was man aber auch sieht, ich habe sehr viel Positives erzählt, die Aktie ist nur um zwei Prozent gestiegen, weil dann doch wieder so viel erwartet wird, auch bei JP Morgan. Man hat hohe Erwartungen generell an das Unternehmen und wir hatten tatsächlich so ein bisschen was Negatives, nur einen negativen Beigeschmack, weil einfach der CEO hier teilweise auch ein bisschen gezeigt hat, dass er gefährliche Zeiten in vielen Fristen vor sich sieht, insbesondere wenn das Zinsumfeld langfristig so bleibt. Also er wünscht sich jetzt den Zinsgipfel. Das sowieso, genau. Wir hatten nochmal hier dieses interessante Zusammenspiel zwischen Novo, Nordisk und Baxter, also da auch nochmal viele Grüße an Armin an der Stelle für diese vielen, vielen sehr spannenden Ergebnisse und Ideen und die Berichte, die du uns da lieferst. Aber wir sehen es auch hier, wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Baxter, in dem Falle und Novo, Nordisk. Wir haben es in den letzten Wochen schon gesehen bei Cola, Pepsi und 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 und. Hier geht es einfach darum, dass man jetzt wieder ein positives Studienergebnis hatte, in dem Fall ging es das Ganze mal in Richtung Dialyse, das heißt, dass man auch zusätzlich einen positiven Einfluss auf die Nierenaktivitäten hat, ganz laienhaft gesagt und wäre es das positiv gewesen für Novo, Nordisk, für wen war es in dem Falle negativ, ja für Unternehmen, die halt nicht so breit aufgestellt sind in ihrer eigenen Welt, das heißt Unternehmen, die sehr stark an der Dialyse hängen, Baxter ist da ein Fall, aber auch Fresenius Medical Care ist zum Beispiel ein Fall gewesen, wo es wirklich stark dann darum ging, dass natürlich Umsätze wegbrechen, wenn die Leute positive Medikationen bekommen, in dem Falle von Novo Nordisk oder Eli Lilly. Wir gehen auch noch mal weiter zum letzten Schritt zu LVM Asch und Christian Dior, auch hier noch mal mit einem Blick auf den Chart, weil der doch irgendwie wieder ganz spannend ist. Gut, das passt auch ein bisschen zu dem, was Christoph gerade eben mal angesprochen hat, denn wir sehen, dieses Geschäftsmodell war sehr lange sehr, sehr robust von den großen Luxuskonzernen. Also wir sehen es hier, wir sind noch im April bis Juli zu neuen Höchstkursen gekommen. Jetzt zeigt sich aber auch ein bisschen, dass aktuell die Krise dann doch so lange anhält, dass auch die etwas Vermögenderen sich überlegen, wie viel Geld möchten wir noch ausgeben. Das heißt, die Umsätze sind hier weiter gestiegen, aber man sieht doch, dass es deutlich zurückgekommen ist. Werden sieht aber, und das finde ich hier ganz spannend, dass wir auch so durch so einen langfristigen Trend hier so langsam durchgebrochen sind. Natürlich noch so ein bisschen kurzfristiger, aber wir sehen an der Stelle ganz gut, dass sich natürlich durch so einen Durchbruch des langfristigen Trends auch gegebenenfalls wieder Chancen ergeben. Man muss natürlich immer wieder hier drauf gucken. Ihr wisst ja, bei Aktien kann man immer wieder alles verlieren, aber es zeigt sich dann doch, dass man aus so einer sehr, sehr langfristigen positiven Phase gerade ausgebrochen ist und das ist schon ganz spannend für diese sehr großen, eigentlich sehr lange, sehr resilienten Geschäftsmodelle. Genau, Luxusunternehmen fehlen in meinem Portfolio zum Beispiel noch, in meinem privaten Aktienportfolio und das ist definitiv einer der Titel, die ich mir gerade auf die Watchlist lege, weil zur Differenzierung und zur Diversifizierung im Portfolio brauche ich das noch und da werden sich jetzt Chancen ergeben. Also solche Bewertungen hatten wir lange nicht und die kann sich auch noch gerne noch ein bisschen weiter abbauen und dann ergeben sich da definitiv Chancen. Man sieht ja langfristig gesehen, wir hatten dazu auch mal eine Investmentwerkstatt, sind diese Luxusunternehmen sehr stabil und haben immer gute Wachstums, sehr gut Wachstum generiert und packe ich mir jetzt definitiv auf die Watchlist, diese Titel. Sie haben auch sehr große Unternehmen, sehr breit aufgestellt, sehr breit diversisiert. Viele Marken auch darunter, genau. Genau, insbesondere die großen Konzerne wie LVM Asch, also sehr, sehr spannend, glaube ich, da auch so ein genaues Auge drauf zu werfen. Man ist auch weiter gewachsen, es ist so ein bisschen die Problemmärkte USA und China, die da auch dem Wachstum gerade nicht allzu gut tun. Deswegen, genau, ein spannender Titel, auch spannend für Leute, die sich natürlich sehr stark mit Optionsgeschäften gerade auseinander gesetzen. Da kann man zumindest mal so einen Blick drauf werfen. Wir haben aber auch in dieser Woche noch ein paar weitere spannende Earnings, es geht gerade erst so richtig los. Wir haben Johnson & Johnson, wir haben Bank of America, Prologis hatten wir auch mal so genauer hier, so ein bisschen unter der Lupe, auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, insbesondere, weil sie doch auch hier sehr lange sehr resilient waren in ihrem Geschäftsmodell. Dann sieht es hier ganz gut in diesem Kurs, das ist zwar jetzt mal der OTC-Kurs, aber man sieht es doch ganz gut, wie resilient diese Unternehmen waren, trotz des aktuellen Zinsumfelds und sie nähern sich hier sehr stark dieser 200er-Durchschnittslinie an. Ja, Prologis macht Industrielagerflächen, muss man vielleicht noch kurz sagen. Das habe ich lustigerweise, seitdem du das gesagt hast, sehe ich die ab und zu mal irgendwo an der Autobahn. Ich auch. Und steht dann plötzlich Prologis auf so einer riesen Lagerhalle drauf. Sehr präsent auch in Europa, genau. Genau, das zu Prologis, wie gesagt, Glockhead gucken wir uns auch in den nächsten Wochen mal an, insbesondere im Aktien-Round-Up, nächste Woche Rüstungskonzerne wird dann ein großes Thema sein. Ja, wie sagt, ASML immer wieder im Fokusthema die Chip-Industrie als Zulieferer sehr, sehr gefragt und auch immer ein sehr früher Indikator, in welche Richtung sich so ein bisschen die Chip-Industrie entwickelt. Aber wir haben viele weitere große Namen. Wir haben Tesla, Procter & Gamble, Netflix, TSMC, American Airlines, Münchner Rück, AT&T, also viele, viele große namenhafte Namen. Wir haben auch Sieker mal mitgenommen. Da geht es tatsächlich um einen führenden Anbieter in etwas nischigeren Bereichen, aber bauchemische Produktsysteme und auch da muss man sagen, haben wir ja ein spannendes Geschäftsumfeld, aber ich will nicht zu viel verraten, das werden wir uns die Woche noch mal ein bisschen genauen. Ja, und Willeroy im Boch auch noch mal ein bisschen das Edelporzellan. Genau. Ist auch noch die Woche dran. Spannend. Und wir haben noch einiges natürlich auch an Wirtschaftszahlen, wie gesagt, es bleibt eine weitere spannende Woche. Wir haben Arbeitslosquoten in Großbritannien, Konjunkturerwartungen in Deutschland. Man sieht es, es geht auch hier vielleicht ein bisschen eine positivere Richtung. Wir hoffen es zumindest, also von minus 12 auf minus 9, aber Inflationsraten sind natürlich ein Thema, insbesondere für Großbritannien, die sehr langfristig ja auch davon betroffen waren. Wir haben ja Häuserverkaufe in den USA, der Markt ist ja sehr, sehr stark unter Druck gekommen, insbesondere im Privatsegment oder Privatkundensegment und ja, Euzeugerpreise immer so als Frühindikator für die Inflationsraten auch wieder ganz, ganz spannend. Genau, Franks hat noch eine sehr spannende Luxusaktie, ist auch Ferrari, außerdem sehr stabil, das mag sein. Absolut, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal Luxusjachten, wie gesagt, Luxusautomarken müssen wir uns definitiv hier auch mal ansehen. Kommt auch nochmal dazu. Genau, das ist es von uns diese Woche, wie gesagt, wir haben morgen und übermorgen nochmal zwei spannende Webinare, wo wir uns insbesondere mit dem Thema Dividenden, Dividendenwachstum auseinandersetzen. Genau, morgen dann für alle einmal, morgen Abend zum Thema Dividendenwachstum. Also alle, die Lust auf Dividendenwachstum haben. Alle, die morgen 18 Uhr, 18 Uhr geht es los, morgen Abend wir beide zusammen. Ich muss ja immer fragen, was meinen Terminkanal angeht. Genau, morgen Abend 18 Uhr und am Donnerstag dann Aktienroundup. Genau, Donnerstag dann wieder Aktienroundup und Investmentwerkstatt. Investmentwerkstatt. Sehr gut. Volles Aktienprogramm diese Woche. An der Stelle, vielen Dank Christoph. Es hat mich wieder sehr gefreut, ich habe wieder sehr viel spannende Sachen gesehen. Wie immer, genau. Und bis Donnerstag oder bis morgen Abend für alle, die Lust auf Dividenden haben in den aktuellen stürmischen Zeiten. Bis dahin. Tschüss.